Der Einsatz von KI-Sprachsystemen kann aber auch zu einigen Problemen und Herausforderungen führen, beispielsweise im Bereich der Chancengleichheit. So kann man ja mit KI-Sprachsystemen durchaus Aufgaben auf einem höheren Leistungsniveau stellen. Dem sind aber unter Umständen nur die leistungsstarken Studierenden gewachsen. Außerdem profitieren unter Umständen diejenigen Studierenden, die digital affin sind und mit digitalen Werkzeugen wendig umgehen können. Es kann also passieren, dass die Schere weiter aufgeht. Das nennt man den Matthäus-Effekt, also die Guten werden besser, die Schlechten werden schlechter. Dem muss man in der Lehre entgegenwirken, beispielsweise indem man auch mit den Studierenden gemeinsam erarbeitet, wie man diese Systeme gut zum eigenen Lernen einsetzen kann. Es gibt aber auch Chancen für den Bereich Inklusion und Individualisierung. So können Studierende ja das KI-Chat-System als individuellen Lernbegleiter einsetzen und sich beispielsweise komplizierte Texte einfach erklären lassen. Und wenn das KI-Chat-System an eine Audioausgabe gekoppelt ist, dann profitieren beispielsweise auch blinde Studierende. Ein Musik Untertitelung des ZDF, 2020